Hi und auch heute schaue ich für dich in die Karten. Lass uns schauen, wie geht es weiter in der Liebe, in der Seelenpartnerschaft und zwar es kommen hier die Kipperkarten zum Vorschein. Es geht um dich. Also du zeigst dich hier wirklich als gute Dame und es zeigt sich auch hier wirklich, dass etwas öffentlich, ja in der Öffentlichkeit, also im Außen sich zum Guten wenden wird für dich. Vielleicht auch bestimmte Dinge, worüber du dir sehr viele Gedanken gemacht hast. Also du kannst jetzt hier auch beruflich etwas also wirklich verändern oder du arbeitest gerade an etwas. Also es zeigt sich hier wirklich hier ein Herzensmensch und es geht darum, dass da unverhoffte Wende ist, also auf jeden Fall da. Also es sind auch einige Erwartungen da und ja vielleicht auch ist nicht alles so richtig, ja. Und es muss auch wirklich hier etwas transformiert werden. Also ich sehe hier Kummer. Auf jeden Fall sehr viele Gedanken werden sich hier gemacht und es zeigt sich hier, dass sich alles gut entwickelt und in der Stabilität kommt mit euch zwei. Ja und auch heute ist ein Portal Tag. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja und wenn ihr also sehr stark den Seelenpartner spürt, ja dann schreibt mir und meldet euch noch an. Also auf jeden Fall meldet euch noch an für natürlich für die Energiekreise. Also ich sehe hier auch sehr viel Kummer. Sehr viel Kummer. Und da ist auch nochmal eine Möglichkeit etwas zu verändern, hier in eine andere Richtung zu gehen. Also in eine positive Richtung zu gehen. Ich lege für euch viermal die acht, ja. Dann haben wir auch nochmal eine Überschrift für diese Legung. Also eine Überschrift. Lass uns nochmal gemeinsam schauen. Eine Überschrift. Eine Überschrift. Eine Überschrift. Eine Überschrift. So, warum geht es jetzt heute auch generell? Was sollst du auch wirklich hier wissen? In der Liebe, in der Seelenpartnerschaft. Also es zeigt sich hier dein Herzensmensch. So, es zeigt sich hier ein Herzensmensch. Es zeigt sich hier dein Herzensmensch. Dein Seelenpartner. So, lass uns gemeinsam schauen. Lass uns gemeinsam schauen. Ja, vier Karten, das ist die Überschrift. Also Nachrichten sind unterwegs mit Glück zu dir. Die machen sich auf den Weg und das bringt dir die Fülle. Was heißt das? Bringt dir die Fülle. Also positive Entwicklung. Das ist doch toll. Also es entwickelt sich alles so, wie du dir das gewünscht hast. Ja, also es geht darum. Ja, also auf jeden Fall verändert sich etwas in deine Richtung. Also du erfährst wahrhaftige Erkenntnisse durch diesen Brief und das bringt dir die Fülle. Du schaust hier in den Neuanfang und also du möchtest auch auf Augenhöhe sein. Hier also mit deinem Seelenpartner und also da ist noch ein langer Weg, bis ihr in eine feste Partnerschaft gehen könnt. Also auf jeden Fall. Es geht auch darum, hier in deinem Unterbewusstsein ist hier ein Verlustgedanke da. Also du machst dir sehr viele Gedanken, bist sehr traurig. Ja, du würdest dir hier die Fülle wünschen, aber du weißt auch nicht wie und was. Also was sehe ich denn hier? Also ich sehe hier deinen Herzensmann. Er schaut in dein Zuhause hinein und er möchte auch natürlich deine Nähe auch spüren und deine Verbundenheit. Er macht dir auch wahrscheinlich den Hof und was sehe ich denn unbewusst hier? Also ein guter Ausgang in der Liebe wünscht sich der Neuanfang. Er macht sich sehr viele Gedanken und er arbeitet daran. Er arbeitet vielleicht auch an seiner Ausstrahlung, arbeitet er auch daran, wie er natürlich auf dich zukommen kann. Also was sehe ich bei deinem Herzensmann? Also es kommt alles in der Gerechtigkeit und es kommt eine Veränderung hier. Also auf jeden Fall bei ihm an und es geht auch darum, dass er natürlich auch etwas mit dir aufbauen möchte. Denn also er sieht dich als eine gute Dame, also auf jeden Fall. Und es geht auch darum, wenn da, wenn da noch auch eine, wenn da noch bei euch auch irgendwie etwas kränkelt. Also der Hoffnung hat er noch nicht aufgegeben, also auf keinen Fall. Und also ich sehe, er sieht dich schon als eine Liebe, der sieht dich schon als eine charismatische Persönlichkeit und er fühlt sich von deiner Schönheit gefangen. Also du ziehst ihm auch an, da ist der Gefängnis, er fühlt sich gefangen. Bei dir sehe ich seit drei Monaten bist du also unglaublich tief in diesem Prozess, in dieser Transformation drin. Und du transformierst alle deine falschen Gedanken. Und also es geht auch darum, dass da auch unverhoffene Wände zu dir kommen sollten. Also auf jeden Fall, du sollst diese Erkenntnisse selber erfahren, denn das macht dich richtig fertig. Du hast hier wirklich Kummer und Widerwärtigkeiten und offiziell willst du wirklich mal ankommen, offiziell willst du dich gut fühlen. Und irgendwie zeigt sich hier etwas, dass etwas falsch läuft und es geht darum, dass es in der Gerechtigkeit geht. Und ich sehe hier, dass hier bei dir, du machst dir sehr viele Gedanken, vielleicht auch über deinen Herzensmann. Es kann auch sein, dass er viel älter ist als du und das beschäftigt dich generell. Und er macht sich über dich auch Gedanken und über die Transformation, dass es also positiv sich entwickeln kann. Er ist bereit für eine Veränderung. Also unverhoffte Wände kommt und der Neuanfang, also kommt natürlich der Portaltag, hat ja auch einiges also parat. Denn das kann auch wirklich bei dir auch eine Erkenntnis richtig bringen, dass du auch durch diesen hohen Zugang also bestimmte Geistesblitze hast. Und wenn du noch Näheres darüber erfahren willst, dann melde dich dazu an, eine persönliche Beratung, also zu jeder Zeit. Ich freue mich auf dich, den Kontakt unter dem Video findest du. Ich sage danke, bis bald.